Nummer 5 Es handelt sich um einen semi-permanenten Eyeliner-Stift, der sehr lange hält und den ganzen Tag über in perfektem Zustand bleibt. Die Formel enthält intensive Farbpigmente und eine cremige Textur, die sich leicht auftragen lässt. Es wird empfohlen, den Wimpernkranz von der Innenseite des Auges nach außen hin aufzutragen und die Dicke allmählich zu erhöhen. Um ein Verschmieren zu vermeiden, sollten Sie den Stift 30 Sekunden lang trocknen lassen. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4 Es handelt sich um ein hochwertiges Modell, das Ihnen eine tiefschwarze Farbe verleiht. Dank seiner besonders feinen Spitze können Sie eine perfekte, zarte und elegante Linie ziehen und es wird schwieriger sein, Fehler zu machen. Seine ergonomische Form erleichtert die Handhabung und er passt sich auf einfache Art und Weise vollständig an Ihr Auge an. Der Lidstrich ist vollständig anpassbar und eignet sich je nach Druck, den Sie ausüben, sowohl für das obere Augenlid als auch für den Augenwinkel. Er lässt sich schnell auftragen und deckt mit nur einem Strich optimal ab. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Es besteht kein Zweifel, dass Sie diesen Eyeliner in Erwägung ziehen sollten, wenn Sie eine große Vielseitigkeit und Leistung in Sachen Make-up wünschen. Seine hochpigmentierte Flüssigformel verleiht den Augen einen kräftigen Ausdruck. Sein Applikator macht die Anwendung sehr komfortabel und ermöglicht es, eine gleichmäßige Linie zu ziehen. Auf diese Weise können Sie Ihre Augenkontur ganz einfach zusammenstellen. Er hat eine Formel, die bis zu 16 Stunden hält, und ist abriebfest. Er ist außerdem dermatologisch und augenärztlich getestet. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2 Es handelt sich um einen hochwertigen Eyeliner, der eine sehr präzise Spitze hat, sodass Sie immer das beste Finish für Ihr Make-up erhalten. Diese Spitze ist nur 0,4 mm dick, was Ihnen eine definierte und hochpräzise Linie ermöglicht. Auf diese Weise werden beim Auftragen des Make-ups keine Fehler gemacht und es ist viel einfacher zu handhaben. Er hat eine wischfeste Formel und ist absolut wasserfest. Er ist für Menschen mit empfindlichen Augen geeignet und kann ohne Probleme mit Kontaktlinsen getragen werden. Er ist für einen perfekten Lidstrich am oberen Wimpernkranz und im Augenwinkel gedacht. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Er ist einer der besten Eyeliner, die man auf dem Markt finden kann. Der Pinsel ist sehr wasserfest und hat eine hohe Pigmentierung, sodass er sich für definierte Linien und eine Vielzahl von Looks eignet. Er ist sehr gut zu handhaben, sodass er auch für Anfänger sehr bequem zu bedienen ist. Sein schwarzer Farbton ist für alle Augenfarben geeignet und bietet eine lebendige, lang anhaltende Farbe. Mit seiner feinen, flexiblen Spitze können Sie die Dicke des Strichs ganz einfach durch Variation des Drucks steuern und Ihren Augen einen auffälligen Akzent verleihen. Sie können sehr natürliche, feine Linien oder dicke, kräftige Linien erzielen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.